Warum habt ihr den Publikums Award verdient? Wir haben dieses Arbeitszeitmodell für die Spitex St.Gall entwickelt. Spitex FlexiCare. Es war ein sehr spannendes und bereichertes Projekt für beide Seiten. Wir sind ein mega cooles Team. Wir haben immer einen Streit gezogen und ein fantastisches Projekt vorbeigestellt. Wir sind immer mit Herzblatt geblieben. Wir freuen uns auf Klinisch 10. Stimmen Sie jetzt ab für das Team Nummer 6, Team Spitex St.Gallen AG.